Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Christina Thalberg Mondschein in Paris Der Krimi-Held Der Beginn? Im Café. Oder aber im Taxi. Wir würden nebeneinander auf der weich gepolsterten Rückbank sitzen. Er würde mich von der Seite ansehen und ich gerade ausblicken. Das Taxi würde langsam durch die regnerische Nacht gleiten und ich würde sehen, wie die Scheinwerfer der entgegenkommenden Autos tiefe Säulen in den nassen Asphalt der Avenue brennen. Er würde nicht den Arm um mich legen, weil er denkt, ich würde es banal finden, wenn er genau das macht, worauf ich warte. Nein, viel zu verschachtelt. Oder besser im Café? Im Flashdor? In dem ich gerade sitze? Eine ehemalige Bahnhofshalle, von der Decke hängen Teile einer alten Lokomotive und die Leute haben grün gefärbte Haare. Sie sprechen und lachen laut genug, um eine mögliche peinliche Stille zwischen uns zu überdecken. In Wirklichkeit hat die Geschichte weder im Taxi noch im Café angefangen. Phil ist direkt zu mir nach Hause gekommen, mit einer Packung Präservative in der Hosentasche. Wie ein richtiger Mann, so hat es meine Freundin Claire vorschnell ausgedrückt. Danach dachten wir, den kompliziertesten Teil hinter uns zu haben. Dabei ist der Anfang nur der erste Schritt und alle weiteren sind so kompliziert wie die vorigen, zumindest für Leute, die ihr Leben damit verbringen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Darum war das Flashdor der richtige Ort für uns. Cool, bunt und laut genug, um unsere Zweifel zu übertönen. Ein Ort für Freunde mit ein bisschen mehr, wie Phil unsere Beziehung ängstlich definiert hatte, als es in keine Richtung weiterging. Was mir dabei fehlte, merkte ich erst, als Claire mich vor ein paar Tagen in ein Tango-Lokal zerrte. Dort war alles erlaubt. Das Tremolo hoher Männerstimmen, die von Sehnsucht sangen, tragische Falten auf den Stirn der Tanzenden, glühende Blicke. Und schon hatte ich neue Hoffnung geschöpft, mir tragische Falten auf Filzstirn vorgestellt, seine bebende Stimme. Allein? Der Wirt des Flashdor stellte krachend ein Bierglas vor mir ab. Gleich kommt, ich suche nach dem passenden Ausdruck, doch er unterbricht mich, will wissen, wer ich bin, will es dann aber doch nicht wissen, auch wenn ich immer gern versuche, diese Frage zu beantworten, sondern erzählt mir von seiner Kneipe, bitte. Keine Szene, sondern eine Stadtteilkneipe und den Gästen, keine prätentiösen, möchte gern Künstler, sondern einfach Leute aus dem Viertel, betont der Wirt und deutet stolz.